stirbst du? ist habt ihr das gesehen der kriegt und kriegt und kassiert und kassiert wir sind ja schon drin bist du gerade gelandet oder was war das? gelandet? gelandet, als wärst du vom himmel gefallen warte mal, wir müssen erstmal zurück oder? nee, das ist ein geileres bohren das ist jetzt hier eigentlich eine warte position weil die hier lang kommen ja, weinst du nicht? ich will nicht warten, ich bin nicht so wir warten nicht, wo wollen wir hin? wir müssen rüber zum construction die andere seite, eigentlich ist es eine ideale domsposition, aber da habe ich den schlüssel jetzt nicht 202 oder was? 206 glaube ich, kommst du mit rüber? wir müssen hier über die straße, nicht an der wand lang können wir müssen genau direkt rüber auf die andere seite in welche richtung läufst du eigentlich jetzt? ich bin, wo solltest du da hinten an der mauer lang? ja, da muss ich nicht hin, ich muss, ich lauf jetzt rüber, ich markiere jetzt den lkw ach so, du musst den lkw markieren? ja ach so, ich dachte, wir haben wenig Schlüssel naja, wenn wir, naja, wär schon nicht schlecht, wenn wir schon mal hier sind ja, 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 welchen lkw war denn das? so, siehst du mich da hinten? ich bin am durchbruch ich guck, ich hab deinen stream ein, ich hab deinen stream jetzt an jemand komm mal zu dir hier bewegt sich was? naja, ich weiss, den habe ich nicht geschossen, aber guck gleich nochmal, wenn er mich hört ach, das war ins Kräft ja, aber der ist ja von vorhin nicht hier kann kein Spieler mehr sein Dr. Evil, herzlich willkommen bist wieder da, ich wollt grad sagen, wir haben doch heute schon mal gesprochen wir kommen jetzt über die Straße gekrochen ok siehst mich? ich hör dich, ich häng hier im Gebüsch hier oh, wer schießt? ja, ja schnell rein oh, das ist der Sniper Sniper, ja, ja ich glaube, hier sieht er mich nicht mehr ich muss was essen du bist seitdem am durchzocken, du sagst es die zwölf stunden machen wir noch voll du schießt nicht, oder? doch achso Alter, was für eine Situation ist der Sniper tot? Alter jetzt kommt auch noch das Demo einfach nicht, deine Scheiße ich seh ich seh ich sieh wyf ich liege er ich weise ich weise zum Pflanze! Schnell weg! Wir nehmen uns runter. Idiot! Hast du einen Dachsniper? Nee, ich komme ja ins Gebüsch. Alter! Hier draußen, ach, das ist das, gell? Komm, schieß, du bist da vorne, ja? Ja, 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 ich habe ihn. Okay, sehr schön. Kommst du hier rein? Ja. Alter, lebst du noch? Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Wir müssen uns langsam sputen. Ja, komme. Wir müssen nämlich nach Old Guest, dann zu deiner Hütte, dann muss ich rüber, schnell zu, zum neuen Gast, äh, Dankstellerrennen. Das ist, sonst war das knapp hier. Oder, warte mal, warte mal. Nee, wir machen es erst souverän zur neuen Tankstelle, dann rüber. Schade, ich habe den Schlüssel nicht mit. Fettberikeel, ich Idiot. Nur mal gut, Old Guest wird geschossen, oder war das hier drüben? Steps, oh, ein anderes Sniper, voll Idiot. Ist das noch was überhaupt, oder was schieße ich dort? Sieht aus wie eine Blumenwasser auf dem... Nee, das ist auf so ein Ding vom Kran, habe ich geschossen. Mist, ich sehe nichts. Voll von Reifen. Ich renne rein. Schießt das noch nicht? Ja, hinter uns. Ja, ja, ich habe es gemerkt. Komm schnell rein, hier ist kuschelig. Jetzt hinter der Mauer her. Zwei glaube ich. Hinter der Mauer draußen. Einen habe ich. Oh, warte ich komme. Ja. Warte mal, ich laufe mal auf der anderen Seite raus. Hier hat sich aber auch was bewegt. Ja, ja, der ist hinter der Mauer her. Oh, er hat mich. Was ist das? Nein. Von hinten? Was? Wo kam das hier? Ein Scaf hat mich erschossen. Ich krieg die Fiese. Ich sehe ihn laufen. Ich krieg die Fiese aber bis hinter mir. Ey. Nee. Nee, ich war doch in der Tanke. Ich habe ein Bär erschossen. Ich war da an der Mauer. Warte. Die eine Bär ist. Da kommt was. Okay. Blöder Scaf. Hier wird sein Kumpel wahrscheinlich saßen. Kommt der nächste an und spazieren. Jetzt bin ich gleich aufgegangen. Diese Trottel. Mir soll es recht sein. Mhm. Feinste XP. Du bist kein Idiot. Ja. Weißt ja, wie es manchmal stellt man sich halt an wie der erste Mensch. Wieso geht das nicht? Sordin kann das auch nicht. Dieser Pullerkuppenhelm ist für nichts gut. Er taugt nichts. Nicht die Bohne. So. Komm ich jetzt durch? Nee. Zu fett. Wieso schnauft er denn schon wieder? Wieso schnauft er denn schon wieder? Nein. 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 So. das war nur ein Scaff. Schleiche ich eben. Das ist auch nicht schlecht. Hast du gehört? Waren Scaffs? Das ist auch nicht schlecht. Ich meine, so kriege ich, weißt du nachher, ist jetzt vorne wieder hier einer am Checkpoint, der mir das Fressbrett wegschießt. So springe ich dann auf wie eine Katze, elegant und renne gleich um die Ecke. Sehr gut gehört, Dr. Evil. Du hast Ohren wie ein Luchs. Du Katze, ich bin alles in allem eine Baumnatter und eine Katze. Das ist halt klar. Ich bin alles in allem. Hier sehen Sie ein bisschen Spuden. Hier sehen Sie, dass der S-Exit dort nicht vorhanden ist. Da müssen wir noch wieder zurücklaufen. Aber ich glaube, ich habe etwas Grünes. Ja, es qualmt. Der Idiot legt mich noch um. Sonst noch irgendwelche Leiden? Schöner Griff. Der hier, ja. Er sieht ja mal richtig beschissen aus. Nächster Schrotflinden, Heili. Alter, wo sind Sie denn? Mann, du siehst mich doch gar nicht da hinten. Junge, ich sehe ihn nicht. Ob ich stürmen soll? Ich stürme. Stürbst du? Ist, habt ihr das gesehen? Der kriegt und kriegt und kassiert und kassiert. Der tut gar nicht dergleichen. Hing am Leben wie so ein Scheißausflieger. Schlägst du drauf mit dem Schlappen und sie kriecht immer noch weg. Der Terminator. Ja, aber übelst. Aber wie er dann auf seiner Wege gegangen ist, weißt du, so. Hat sich gar nicht irritieren lassen. Meckerte noch ein bisschen und lief dann hier unten an dem Tank vorbei. Als wäre es ein Spaziergang für ihn. Dieser Vollidiot. Was? Hä? Das hat sich angehört, als würden die neben mir stehen. Was war denn das? Das war ja übelst gruselig jetzt hier. Leckumio, sag ich dir. Ey, das war ja Horror. Alter Schwede. Ist nichts für meine schwachen Nerven. Als ob die neu gesporen werden. Irgendwie. Aber ich habe keinen gesehen. Oh, 4.000 XP. Ey, wir waren fleißig. 10 Skefs. Wies, da gibt es doch mal irgendeine Quest jetzt. Demnächst, glaube ich, auf Customs. 15 Skefs, glaube ich, erschießen. Wies, da gibt es doch nur noch mal. Will be р 이유? Bis zum nächsten Mal.